ja da bin ich noch mal an jenfeld ich habe ja schon mal ein video gedreht über jenfeld und da wurde ich auch hier bedroht und haben gesagt was erlaubst du dir über unseren stadtteil zu sprechen dabei habe ich nur ein zitat abgegeben und deswegen möchte ich jetzt zeigen dass jenfeld auch schöne ecken hat total chillig hier total gemütlich das jenfeld der einkaufszentrum weit weg so wie sich das gehört ja und hier gegenüber kam noch schön wo ich weiß gar nicht alle haben ja so sieht das überall aus auf den plätzen in hamburg keine kinder diesmal zitiere ich meine oma die noch draußen spielen auf bäume klettern alles vorbei nur noch hängen sie an ihrem ipad ihrem iphone mit zwei jahren schon und dann würde ich auch kein basketball spielen wollen ich bin ja auch nur ein meter 87 da lohnt sich das sowieso nicht und eine profikarriere ist ausgeschlossen diese ruhe das ist hamburg mitten in hamburg bezirk wandsbek herrlich